Autograf der bedeutenden Pädagogin Maria Rosendahl geborene Steiner aus 1970 Geboren im Jahre 1900 zu Pforzheim erfuhr sie bereits in jungen Jahren ihre Ausprägung durch die Jugendbewegung in den Kreisen von Karl Sonnenschein zu Berlin und Romano Guadini zu Burg Rotenfels Vor ihrer Hochzeit mit Alfons Rosendahl am 31. Oktober 1927 arbeitete sie in schwierigen sozialen Einrichtungen Sie schenkte fünf Kindern das Leben Ihr Mann fiel in den letzten Kriegstagen 1945 Die Aufgaben und Pflichten ihrer letzten zehn Lebensjahre im Pfarrhaus St. Norbert zu Köln-Delbrück hat sie mit Gottvertrauen und Selbstlosigkeit erfüllt Maria Rosendahl starb am 8. September 1981 in Köln im Alter von 80 Jahren Jean-Marie Vöhr David Untertitelung des ZDF, 2020